Richtig, ja. Und insofern, weiß ich nicht, also sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir die Seite heute nochmal einmal anpassen, aus besonderem Anlass. Schlüsselposition und du bist der Schlüssel. Wir alle, wir alle, die wir hier stehen, die jetzt vielleicht auch noch im Büro sitzen oder zu Hause sind, sind diejenigen, die für das Zusammenwirken in dieser Stadt Schlüsselpositionen begleiten. Jeder an seiner Stelle und jeder unverzichtbar. Und das ist eine Botschaft, die uns, für uns ganz wichtig ist. Sie bringt auch eine Wertschätzung mit und es ist eine Botschaft, die wir ganz toll nach draußen auch erzählen können. Am Ende des Tages eben einfach die Geschichte, dass wir ein ziemlich cooler Haufen sind und wir wertvolle und wichtige Arbeit leisten. Das ist unsere Antwort. Das ist unsere Antwort auf die Frage, wie können wir es schaffen, uns auf dem Arbeitsmarkt richtig zu positionieren. Wie können wir es schaffen, die Stadt Dorsten, was sie nämlich zweifelsohne ist, als tolle Arbeitgeberin zu präsentieren. Und so haben wir uns zu einem neuen Karriereportal entschieden und gesagt, wir brauchen Social Media, wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen einfach ein frisches und richtig gutes Auftreten. Und so kamen wir zu www.schlüsselpositionen.de und ich glaube, ein Blick auf die Seite beantwortet alle Fragen und wird, so glaube ich jedenfalls, einfach nur Begeisterung auslösen. Und insofern möchte ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses danken dafür, dass sie mit einem riesigen Engagement, einer riesigen Leidenschaft mitgeholfen und mitgewirkt haben, dieses Karriereportal uns, die Stadt Dorsten, als Arbeitgeber so präsentieren zu können. Ja, die Kampagne Du bist der Schlüssel geht heute an den Start, nachdem wir letzte Woche mit unserer neuen Internetseite gestartet sind. Jetzt die neue Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Werbekampagne, die wir gestartet haben. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an ein wirklich tolles Team, die diese Kampagne vorbereitet haben und die natürlich den Stadtschlüssel, unseren Petroschlüssel, im Wappen aufgegriffen haben. Und wir präsentieren uns als attraktiver und frischer Arbeitgeber mit einem tollen Team, was Verstärkung an vielen Stellen sucht. Und wir freuen uns natürlich jetzt auf viele Bewerberinnen und Bewerber, aber vor allen Dingen auch auf den Teamgedanken, den dieses Projekt sicherlich auch noch einmal intern bei uns stärken wird. Denn rund 1200 Kolleginnen und Kollegen sorgen hier bei der Stadt Dorsten dafür, dass wir den Menschen eine lebens- und liebenswerte Stadt anbieten können. Ja, mein Name ist André Senger, ich bin der Personalratsvorsitzende der Stadt Dorsten und ich habe gerade die neue Homepage vorgestellt bekommen, schlüsselpositionen.de und ich muss sagen, das ganze Ding ist richtig, richtig gut geworden. Wir haben etwas, womit wir eine Identifikation schaffen, wo wir nach außen hin wirklich modern auftreten. Das haben wir als Personalrat mittlerweile schon seit mehreren Jahren gefordert. Wir sind froh, dass es umgesetzt worden ist. Wir sind froh, dass das kommt. Und wir freuen uns, dass das nicht nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen und viele Kolleginnen und Kollegen bei der Kampagne schon mit dabei gewesen sind. Ich werde wieder was tolles dazu sagen. Und da glaube ich, darf ich an der Stelle einmal auch für den ganzen Verwaltungsvorstand sprechen. Wir sind stolz auf euch. Wir finden richtig gut, was hier läuft. Wir sind die Stadt Dorsten. Wir machen einen tollen Job. Und die Geschichte muss man im Jahr 2022 anders erzählen als 1990. Und die Geschichte haben wir jetzt in einem Gewand gekleidet und damit verbunden eine Aussage getroffen, die für jeden Geltung hat. Und insofern sage ich auch allen Danke, die heute hier gekommen sind. Vielen Dank.